hallo und herzlich willkommen ja ich weiß ich war lange nicht mehr mit videos am start ich habe mir eine pause gegönnt und ich habe den eindruck ich bräuchte noch mal eine pause sorry dass die videos nicht so gekommen sind wie versprochen es gibt bei mir auch ich habe auch ein privatleben und manchmal gibt es momente da möchte man einfach kein computer mehr sehen und ja heute habe ich allerdings wieder los gehabt und habe nach drei wochen dann host wieder eingeschaltet in der hoffnung dass es läuft es läuft wie man sieht das ist sehr gut wir führen einmal das thema weiter mit was so bevor wir die andere videos machen und was ging es noch mal und um ein anderer pm privilege access management aber wir bleiben erst mal kurz bei was so denn ich habe hier dadurch dass es länger nicht mehr online war updates gehabt und jetzt habe ich in den dashboard letztes video was ich euch gezeigt habe habe ich jetzt mal reingeschaut wie sieht denn der aktuelle status und das will ich euch nicht enthalten weil bevor ich es update macht es sinn das einmal zu sehen wie es ganz aussieht und wir sehen wir haben hier einen haufen patches durchzuführen medium hoch und critical wir haben bei maria db muss man teleport green bone was selber und ich habe noch ein windows kiste gehabt die ich wieder löschen werde also denn hier werde ich nicht updaten weil ich es aussondern werde ohne neuen mache updates durchzuführen ja so und wenn wir jetzt ein bisschen so schauen bei teleport zum beispiel was haben wir dafür updates und wir sehen hier dass wir c url und viele andere pakete abzudaten sind rsync snappy sudo und so weiter muss hier einfach mal abgedatet werden davon sind kritisch hier diese und also bold snappy und zip sollte man hier updaten gut also so ist der status doch bevor wir das tun habe ich einfach mal was abgedatet und zwar zu einer neuen version ich zeige euch etwas mal und zwar gehen wir hier unter was und wir schauen hier auf diesem pfeil und wir schauen beim management unter status und wir sehen jetzt dass wir die version 452 haben vorher haben wir eine version gehabt das glaube ich war 443 oder 44 443 war das und jetzt haben wir das abgedatet wie macht man das update von was so dahin das ist ganz einfach leute ihr geht hier einfach rein in eurer ssh sitzung und für den folgenden befehl aus dnf update ich habe jetzt den parameter minus y weggelassen für automatisch weil nach solange updates wollte ich mir das mal anschauen wie sieht denn aus was muss abgedatet werden da möchte ich ein bisschen so mir die pakette anschauen ob hier irgendwo probleme gibt was ich hier allerdings sehr zum schluss ist das war so der sport war so indexer und war so manager das sind diese geschichten die abgedatet werden wollten und zwar auf die version 452 1 und das habe ich dann gemacht ich habe dann auf jetzt geklickt und dann hatte das ganze hier runter geladen und letztendlich hatte ich hier dann was so manager also war so der sport indexer und manager abgedatet so jetzt haben wir allerdings eine herausforderung jetzt müssen wir die agents updaten was machen wir gehen wir pssh auf jeden agent drauf beziehungsweise auf jeden unseren assets drauf und tun das updaten manuell nein wir können das über den was so manager machen das möchte ich euch jetzt ein bisschen zeigen wie man das mit dem was so manager macht hier unter was so wenn ihr darauf klickt gibt es ein bereich das nennt sich tools und das ist nichts weiter wie die api konsole so also genau und die haben wir wie folgt wir haben zwei befehle die sind hier nicht drin die könnt ihr euch beziehungsweise wissen was das gebe ich euch mit in der beschreibung mit dabei gut wir haben geld heißt abholen agent und out steht wenn ich darauf klicke dann zeigte mir alle was so agents die jetzt älter sind als die installierte management version und wir sehen hier wir haben hier nicht die version 45 sondern ich habe vorher bei metasploitable der zeigt dass mir an metasploitable ist nämlich ausgeschaltet hier wir könnten es vielleicht mal hier einschalten um euch zu demonstrieren wie das funktioniert wir sagen start so wir haben bei metasploitable und wir haben bei pf sense pf sense agent kann ich nicht über die api dann muss ich manuell machen warum weil das wurde gesondert installiert und kompiliert und und eingerichtet deswegen muss ich das bei der firewall das manuell wieder machen das empfiehlt sich auch bei einer firewall genau zu wissen was man tut und man könnte das so und so sehen automatisch wäre es natürlich besser in dem fall ist es mir bei der firewall tatsächlich lieber wenn ich eine wartungsankündigung mache und hier richtig manuell und dokumentiert und alles manuell machen das ist wichtig so also mit dem befehl hier können wir uns das holen was veraltet ist schauen wir mal was unsere metasploitable macht ist es gestartet das ist gestartet so und dann haben wir noch ein anderes befehl und zwar das ist put schreiben beziehungsweise ein befehl senden und agents upgrade agents list und da gibt es den parameter old bei der version bei neuere versionen und mit dem parameter old müssen wir nicht jeder einzelne agent eintragen weil ich erkläre euch das kurz wenn wir hier uns die informationen abholen dann haben wir hier die agent id der hat die id 001 der hat die id 002 wir könnten hier 001,002 und so weiter und alle manuell eintragen wenn wir aber agents list all den parameter agents list mit all senden dann macht er quasi tut er alle updaten und da klicken wir einmal auf play und wir sehen einfach dass er das versucht abzudaten und zwar agent 001 das id 5 und so weiter all upgrade tasks was created error 0 und wir schauen uns jetzt hier einfach mal an was er sagt er hat bei der 001 geschickt und jetzt sollte sich eigentlich der agent von metasploitable 001 quasi abgraden das habe ich bei den anderen agents schon gemacht und dann sieht das ganze so aus so könnt ihr es überprüfen indem ich hier auf wasu agents klickt und hier zeigt euch quasi hier werdet ihr quasi die Informationen sehen mit dem agent das heißt bei green board teleport maria db und bei diesem desktop wurde der ist disconnected weil der ist ausgeschaltet wurden die agents so quasi aktualisiert mir scheint das so dass bei der metasploitable weil es eine uralte maschine ist der agent auch nicht hier auf 4430 automatisch updaten lässt das allerdings macht nichts das ist für mich okay das kann ich auch manuell machen bei bei mir das leute weil ich mir das kann ich so wichtig wichtig ist es mir hier in der produktionsumgebung und da habe ich mal die greenborn und so weiter alles abgedatet also diese zwei befehle werde ich euch einfach mitgeben gut naja jetzt gehen wir einfach mal auf unseren greenborn zum beispiel mit drauf wir gehen hier auf teleport na das ist mein fernwartungstool wir gehen auf greenboard cybernet sagen ruht loggen uns ein und machen hier einfach dnf update und wenn wir das jetzt so machen dann holte sich alle pakete die abzutaten sind und wir schauen uns an was hier alles mit dabei ist network manager und so weiter apple allerdings sehe ich hier den os nicht und der ist quasi hier nicht mit dabei das heißt da wird jetzt also der agent ist ja abgedatet das sind die anstehende updates nun wir können uns das hier ein bisschen anschauen was für updates da drin sind wir haben fall wir haben c url und wenn wir hier einfach unter unserer dashboard den greenborn nehmen das ist der hier na dann sehen wir welche pakete c rl und wenn wir auf critical auswählen dann haben wir snappy und zip na zip wissen wir da waren gefährliche sicherheits lücken dabei und wir schauen hier ob zip mit dabei ist der scheint hier nicht dabei zu sein ok wir machen trotzdem das update mal schauen wir uns das mal an und warten das mal kurz ab was hier jetzt passiert jetzt sollte sich diese ganze es kann sein dass es in irgendeinem anderen paket hier mit dabei ist und wir warten das einfach mal ab um zu schauen ob der aktualisiert aber so kann man das zum beispiel vorgehen und das machen wir warten jetzt nicht komplett ab bis alles abgedatet ist das braucht ein bisschen seine zeit so und nach dem update werde ich trotzdem diese ansicht sehen warum werde ich diese ansicht sehen da müssen wir ein bisschen die funktionsweise von was so verstehen und das ist wichtig dass ich euch erkläre weil das kann extrem schnell für verwirrung sorgen hier müssen wir immer berücksichtigen mit welcher zeitstempel filter wir arbeiten wir haben gesagt today das heißt er zeigt mir alle einträge von heute wenn ich quasi jetzt das update durchführen wenn ich quasi jetzt das update durchführe dann wissen wir dass aus der konfiguration ein rescan in einer stunde stattfindet das heißt nach einer stunde kann ich hier schauen und dann kann ich sagen letzte stunde zum beispiel mir das anschauen und dann sehe ich quasi was der sache ist ok und so muss man hier definitiv damit umgehen wenn ich jetzt letzte stunde mache dann sehe ich dass mein teleport nicht teleport sondern das sehe ich hier dass der greenbone selber quatsch was so selber nicht mehr da ist also wir gehen auf today und da sehen wir was so cybernet dann habe ich abgedatet da habe ich die updates durchgeführt habe ich euch vorhin gezeigt und wenn ich jetzt mir die letzte stunde anschaue nach dem letzten scan dann sehe ich der ist nicht mehr dabei das heißt dafür gibt es jetzt keine aktuelle erkannte schwachstellen also veröffentliche schwachstellen das heißt nicht dass das system keine schwachstellen hat sondern aus den öffentlichen informationen aus dieser datenbanken ob es schwachstellen dafür gibt aus der nvcv und so weiter gibt es keine bekannte schwachstellen und das ist hier auch das ganze zauber dabei ich mache meistens in wenn ich im unternehmen das mache mache ich wie folgt da schaue ich mir da gibt es fest definierte patch days dann schaue ich mir dann status vorher dann dokumentiere ich indem ich hier mir diese liste herunterladen als roh oder formatiert wie auch immer ihr das machen möchtet oder man kann sich hier auch ein screenshot machen wenn man will aber ich hätte gerne die liste und die pakette einzeln um zu wissen was da abzudaten ist und so weiter wir sehen hier haben wir bei auf der windows kiste noch im weihershaken verhalten gehabt da müssen wir auf jeden fall updaten und dann schaue ich mir 24 stunden später nachdem ich den input bekomme von der infrastruktur abteilung oder von patch management abteilung oder von der rolle patch management wenn der mir dann sagt oder die mir sagt kollege kollegin wie auch immer hey wir haben das umgesetzt dann schaue ich mir 24 stunden danach an ob hier noch irgendwelche überbleibsel sind wenn nichts mehr da ist dann wird mir hier nicht angezeigt dann bin ich höchst zufrieden wenn noch was da ist dann frage ich nochmal den status ab dass die kollegen kolleginnen nochmal reinschauen und ansonsten ist die sache erledigt also das wollte ich euch einfach mal zeigen wie man hier einmal quasi dann hier updatet und einmal denn hier updaten also hier dann haben wir aktualisiert den greenbon wir schauen letzte stunde machen ein refresh der greenbon zeigte mir hier noch als vulnerability an weil der nämlich noch nicht den scan gemacht hat wenn ich das forcieren möchte kann ich einfach auf dem agent selber system ctl also dann riskieren für wasu restart und dann sagen wir was möchten wir denn wasu agent dann starten wir neu auf den greenbon und nach dem neustart fängt er an und macht quasi jetzt hier ein rescan der dauert einen kleinen moment wir können auch mit das war das was ich über den management geschickt habe um den agent abzudaten aber wir können uns hier jetzt den ossec log angucken und wir sehen was der jetzt macht und der startet und wir warten jetzt bis er quasi hier fertig ist also film also fall integrity monitoring hat er schon gemacht security configuration ich denke mal der ist noch bei der vulnerability schauen wir mal ob er schon durch ist oder nicht wir machen wir machen hier ein refresh letzte stunde und zack ist er wieder raus na also unsere teleport quatsch uns greenbon wurde abgedatet wir schauen uns das mal an ja scheinbar noch nicht fertig der braucht noch ein bisschen was hatte c url hatte noch wir machen noch mal ein dnf update schauen ob noch was drin ist sollte aber nichts mehr dabei sein also im grunde genommen hat das hier gepasst es dauert wie gesagt ein bisschen bis der wasu hier das richtig sauber ermittelt wir können aber auch jetzt den greenbon quasi in wasu selber anschauen und da wird sich genauso verhalten wir nehmen den greenbon hier genau und wir sehen kritisch und so weiter url und so weiter detection time wann es erkannt hat und der letzte scan war um 11 uhr 13 wir haben jetzt 11 uhr 17 das heißt wir müssen noch ein bisschen quasi abwarten bis der hier komplett gescannt worden ist und dann sind wir auch glücklich damit dann sollten hier keine schwachstellen mehr angezeigt werden gut das war's für heute als nächstes kommen die andere sachen wir können jetzt mal letzte 30 minuten anschauen da wurde nichts mehr gefunden und letzte 15 minuten wurde auch nichts mehr gefunden na also vor einer stunde war noch dieser status und wenn wir uns die letzte 30 minuten anschauen wo wir updates gemacht haben haben wir keine updates mehr für greenbon das ist ein super status das ist gut wenn wir jetzt aber auf today gehen dann sehen wir was heute überhaupt los dann können wir hier mit rausnehmen wir können jetzt wieder die letzte 30 minuten anschauen da wurden keine scans mehr gemacht wir müssen eine stunde abwarten das ist eben diese geschichte so und wenn wir jetzt noch mal hier gehen in der letzten stunde haben wir noch teleport und greenbon die haben noch bewegen die müssen wir noch ein bisschen abwarten so maria db hat sich scheinbar komplett alleine abgetatet das ist mir aber schleierhaft dass es das selber gemacht hat ich werde kurz reinschauen nee hat es eben nicht gemacht und da gibt es ein haufen sachen noch abzutaten und auch dann werde ich jetzt einmal update gut das war's für heute das nächste video wird nämlich diese geschichte mit der prm installation privilege access management was ich euch gezeigt habe aber das war mir wichtig euch das noch komplett bis zu ende einmal aufzuklären und einfach mal zu zeigen wir können immer die sachen von letzte stunden anschauen und dann ist es gut ok danke euch und wir können trotzdem noch mal kurz hier auf greenbon gehen auf wasu gehen und wir können noch mal hier auf tools gehen ab wie konsole ein get agents outdated machen und der hat dann mit das play table nicht abgedatet ok das macht aber nichts dann werde ich manuell wenn überhaupt weil mit das play table ist nur eine spielkiste quasi um zu spielen gut weil mit das play table hat hier der zeigt mir immer noch die version 443 an gut alles klappt dann sehen wir uns das nächste mal und wie gesagt sorry ich habe eine auszeit gebraucht ich habe dann eindruck ich brauche noch eine aber ich möchte euch auch nicht allzu sehr mit den videos warten und deswegen habe ich das jetzt mal dazwischen gezogen bis dann ciao